Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Hau den Jove oder aka WurmClanWars. Was sagst du dazu Jove? Zu meinem innovativen Titel. Jove? Hallo? Ich spreche mich um. Hi erstmal dich. Hi Jessi. Ach ich wollte gerade sagen, ob ich begrüßt ihr nicht oder was? Auch die Jessi ist wieder mit dabei. Ganz leicht veränderte Teams mal wieder, oder? Ich weiß gar nicht, hat die Jessi was umgeändert? Ich hab nur einen Brain in einen Dicken getauscht. Okay. Ob da bei mir immer nur der Kleine überlebt, hab ich jetzt einfach mal 5 Dicke genommen. Entweder sterben jetzt alle sofort oder ich bin immer noch wenigstens Dicke. Na denn. Ich hab auch noch mal eine neue Kombi ausprobiert. Einfach mal so just for fun. Wir spielen elementar. Wir wissen mal wieder nicht, was uns erwartet. Aber egal. Wir wollen uns jetzt ins Spiel begeben. Mal gucken. Auf jeden Fall Schmerzen für Mitch. Nicht Schmerzen für Junge? Auf jeden Fall Schmerzen für Mitch. Mit Dach? Ist auch mal was anderes wieder. Hatten wir lange nicht. Ist auch ein bisschen schwieriger zu erreichen mit den ganzen Waffen dann. Das stimmt. Und jetzt irgendwie ist dieser Modus nur auf R ausgelegt. Das wäre super. Ja, genau. Wegen Elementar und so. Rinderblitz. Fünfmal. Hast du dir die geil verteilt? Das wird Spaß, ey. Halleluja. Ich finde, der Hintergrund hebt sich schlecht vom Vordergrund ab. Also von den Ebenen her. Das ist natürlich schön. Rot-Grün hier so. Und ich mit meiner Rot-Grün-Schwäche. oder wie soll man sehen? Ich sehe also quasi nur noch 1D. Oder wie soll ich mal sagen? Gut, wieso wie soll man sagen? So. ich stehe unten durch den Sauspakt. Important. Ja. Ich stehe unten. Da ist auf jeden Fall eine Flasche. Ja, und wir haben. Fünfmal, die Napalmangriff. Sechsmal... Ach nee, stimmt gar nicht. In 5 Runden wird der Napalmangriff, dann die Wasserbombe und dann noch die Bunkerbombe freigeschaltet. Was ist das denn hier? Wurmzauber? Oh, das kenn ich gar nicht. Na komm, ich beweg mich mal erstmal. Ich glaub, da ist keine Miene oder sowas in der Richtung. Ich kann hier im Moment auch nicht so viel machen. Da unten steht einer, der darauf wartet, dass du was hinschmeißt. Mein Ninja-Sein benutzen. Ja. Warum starte ich jedes Mal mit einem Fail? Könnt ihr mir das mal bitte sagen? Nein. Ich will nicht mehr aufnehmen aus meiner Position. Das ist sehr peinlich. Na Jobe, willst du dich hier selbst umbringen? Geht hier schwer. Ich kann nur so schlecht absaufen. Absaufen kannst du auch so. Na komm, probieren wir das mal aus. Okay, okay, ich werde schnell gehen. Ach, das scheint eine Heilung zu sein. Okay. Dauerhaft. Da musste ich jetzt schnell reagieren. Das ging aber gut. Ja. Ich glaub, er nennt, dass du mich mitteilst, ne? Um eins, das ist ja viel. Ja, das ist aber. Ja. Oh, ganz cool. So. Finde ich aber doof, dass ich jetzt hier mitteile. Tja. Schöne Idee, was ich nehme. Ach du. Oh, ein Flammenwerfer. Schön auf die Mine. Nein. Aber sie hat sich fast noch selbst erwischt. Alter Schwede, ey. Boah, das war richtig schade. Ja, geiles Teil. Ey, sie gewinnt immer noch nur durch Glück. Weißt du, nach dem Fail gerade hat sie noch jedem bewiesen, dass sie das Spiel nicht kann. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Gucken, ob ich mir da gerade selbst wieder einen eindrücke. Wahrscheinlich. Ja, nein, ich versuche es nicht. Ich versuche es nicht. Das war schon zu offensichtlich. Wir haben sieben Flammenwerfer. Ja, das ist geil, oder? Oh. Einmal vergiften? Du bist ja ganz grün. Im Gesicht. Bring ich um. Was nehmen wir denn da? Oh, irgendwas, was ein bisschen dicker ist. Du? Dein Wurm zum Beispiel. Ich glaube, ich schlag dich auch gleich. Ein Molotow-Cocktail. Da kommt. Nein, wir räumen erstmal den Abschaum ab. Oh, tanz doch nach unten, Mann! Schön in die Grube rein. Du wirst sowas von geschlauert. Ja, sauber. Ich weiß, was ich mit euch mache. Aua. Einmal schönen Bazooka drauf und dann müssen beide greppieren. Mhm. Doch. Die stört nicht. Nein. Kleiner Wurm. Schade. Nur elf. Weißt du, ich mache die ganze Vorarbeit und Jesse greift wieder ab. Hä? Ja. Wer hat euch denn mit Flammenwerfer vorgekillt? Was haben wir denn hier noch? Ein Pupskissen. Jemand eine Ahnung, wie das geht? Ja, das springt hin und her, vergiftet jeden, den es trifft und am Ende explodiert es einen kleinen Kreis. Ich gehe auf Nummer sicher. Ach du auch? Heute lernen wir das Feuer kennen. Ja, schön auf Jesse, so ist gut. Ja, nein! Ich habe acht Schaden gekriegt. Der Hammer. Aber nicht 17. Was dieser Flammenwerfer ausrichtet, ne? Ist ja enorm. Unglaublich. Nein, du hast ja auch einen falschen Bogen genommen. Ich habe einen dicken Bogen gehabt. Das ist wie die Napalm-Bombe. Ja. Das ist das dicke Bogen, wo du vorhörstkissen. Ist ja weit gesprungen, das Teil. Und der voll ins Gesicht. Ja, ich habe ja auch nicht mit Kraft gemacht. Aber... Und der ganze Bogen. Aber jetzt ist noch ein Bogen. Cool. Aber ich bin nicht grün. Aber macht nur 25 Schaden, das Bogen, ne? Moment mal, arbeitet sich das Ding da jetzt runter? Ich wollte gerade sagen. Nein, das ist... Das sah so aus, ne? Ja. Als wenn sich das ein bisschen durchfrisst. Der grüne Bogen. So, ja. Alter Schwede. Die habe ich gerade angerinzt hier. Nein, das wollte ich gar nicht machen. Was heißt das? Du vergiftest dich nicht selber. Nein, weiß ich. Ich wollte es trotzdem nicht machen. Ich wollte es trotzdem nicht machen. Wolltest du das Vorhörstkissen, ne? Nein. Wasser? Ja. Ja. Hättest auch einfach sagen können, was du stattdessen haben wolltest, aber... Nein. Du kannst doch so machen. Nein. Doch. Ich kann doch nicht meine Taktik verraten hier. Hey, da hast du ein Schiff. Das ist geil. Gut, ich habe mich auch mit vergiftet, aber... Du warst heute schon vergiftet oder nicht? Du warst doch durch mich vergiftet. Ach so, immer noch. Ich nicht. Hey, ihr zwei grün. Ihr seid hübsch, grün. Ich kotze dir gleich um. Nein. Nein. Volle Bauer. Volle Bauer? Ja, ja. Aber wäre geil. Ist deutsch. Hallo, norddeutsch? Das Thema hatten wir schon. Ich spreche immer in einer grammatikalisch richtigen Artikulationsart. Glaubst du? Ja. So, so. Allein der Satz, der Satz, den ich gerade... Ne? Allein der Satz, den ich gerade gesagt habe, war schon so falsch, dass das nicht mehr ging. Das kann ich ja nicht mal mit norddeutsch. Fair. Oh. Sterb, Yessi. Sterb. Nein. Oh, hallo. Milch absaufen lassen. Jetzt noch schnell was runterschmeißen. Nee. Voll zu langsam. Alter, wir stehen alle unten. So gut wie. Wenn ein Satz kommt, wird's lustig. Jo. Yes. Nein. Fünf Schaden, fünf Pfeilungen. Super. Oh. Das ist der Hammer. Weißt du, nächstes kriegst du mal was ganz anderes. Was krieg ich? Flammenwerfer. Ja. Ja. Ja, aber ich hab davon noch jetzt immer noch so viele. Ja. Wie oft haben wir den denn? Ja, sieben. Nee, siebenmal noch. Also ich hab siebenmal. Ja, macht sie selber. Aber was viel mit Gift, Feuer und Wasser? Das sind ja total. Ja, dankeschön. Ja, dankeschön. Das ist ein Detail, das nervt. Tja. Nein. Doch. Damit du absaufst? Meiner steht noch... Nee, jetzt steht er doch unter Wasser. Aha. Sehr redakt. Aber wenn er drauf geht... Ich kann's nicht, ohne dich selber umzubringen, oder? Nein, aber wenn ich's mache, gehst du mit drauf. Aber egal. Ja, alles gut. Du kannst noch mal schießen. Naja, alles gut. Hat ja funktioniert, weil da ja Zugriff dann links ist, ne? Wasser? Wasser? Oh. Das hat Jesse von vornherein geplant gehabt. Mein Plan war, euch abzusaufen. Diesmal war richtig. Ja. Also wir könnten das Spiel extrem in die Länge ziehen, wenn wir überall diese Wurmzauber da sind. Ja, das stimmt. Naja, jetzt verliert ihr aber 10, weil ihr grün seid und Wasser. Das stimmt. So viel haltet das Teil dann auch nicht. Jetzt fang mal an auf Jesse zu geben, Menschen. Das ist ja schrecklich. Wieso? Aber nicht Gift kann man nicht sterben. Das ist ja sowieso doch lustig. Tja, du kommst da nicht hoch. Ich hasse ihn. Tja. Du bist der schlimmste Bruder, den ich jemals hatte. Aber jetzt sieht man wenigstens mal was vom Hintergrund. Achja, stimmt. Von ihm dahinter. Du kommst da nicht hoch. Du bist zu fett. Da auch komm ich. Ich komm da trotzdem hoch. Nein, das laufst du zu tief. Da kommst du nicht hoch. Hey, da war ich doch gerade oben. Na gut, okay. Machen wir das alles. Wird nichts. Ach so. Wird nichts, sagt sie. Wird nichts. Ich habe jetzt alle mehr gehalten. Ich habe jetzt alle mehr gehalten. Siehst du, ich nehme nicht mit. Ich habe jetzt alle mehr gehalten als mich selber. Wie ging das denn jetzt gerade? Er ist trocken. Er ist trocken. Ach, okay. Ich glaube, der sagt der nächste Wort. Tschüss. Ja. Nein. Einnehmen. Dreckzack. Wir müssen echt auf Jesse gehen, Mann. Die hat fast nur volle Würmer. Nein. Die hat sogar Würmer. Die sind höher geheilt als sie vorher waren. Ja, Mensch. Das ist gut. Das Fass explodiert, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Probier's aus. Ja, wenn du mit dem Bazooka drauf schießt, auf jeden Fall. Bazooka? Ja, sehr gut. 62 Schaden. Und ein 1er Wohr, mein Ding, der stirbt ja nicht. Ganz knapp. Ich habe 1 Wohr mit 1, mit 1 und mit 4. Tja, Mensch. Oh, mein Mann. Jo, es leckt. Es leckt. Tja, das war aber nix. Zu weit. Habe ich jetzt gespoilert? Ne. Also, ich muss ja auch sagen, ich finde, es sind auch sehr wenig Kisten, ne? Nein. Ich sehe hier überall welche, du nicht? Das muss an meiner Rot-Grün-Schwäche liegen. Ach, deswegen siehst du deine eigenen Würmer auch nicht und gehst auch nie auf mich, weil du sie da gar nicht siehst. Deswegen gehst du auf Jesse nicht und auf mich nicht, sondern tritt sie selber, ja? Rot-Grün-Schwäche. Nein, du bringst mich hier selber um. Ah, geil. Sehr gut, Jesse. Da haben wir uns geht drauf. Das war ja auch wirklich gesagt nicht schwer. Na komm. Na. Mit Stärkster Wurm hat noch 66 Leben. Na, was machen wir da denn? Ach, jetzt der andere da unten. Ja, wieder 6. Würdest du mich verorschen? Ja, sie wollen. Ja, war schon gegen die Decke. Ey, ich will dich absaufen! Ja, unter Wasser. Na toll. Ganz ehrlich, Mitch, jetzt mit der Bazooka rüber auf die andere Seite. Dann hast du einen Wurm gekillt, einen unter Wasser gesetzt. Ja, bringt Evo um. Das ist ne gute Idee. Ja, bringt Evo um. Das ist ne gute Idee. Das ist ne gute Idee. Das ist ne gute Idee. Ach ja. Mal gucken, ob wir mit... Oh, mal gucken. Mal gucken, jetzt. Mal gucken bei mir mal. Santa? Oh, ja. Santa Santa. Auf jeden Fall. Ha, war das Devo im da Westen steht? hallo jove ja jetzt ja ich habe mich gerade gewundert ich wollte gerade sagen ich habe das echt mit den skills heute meine güte doch dass ich gemütet oder nein er hat mich noch nicht gehört aber ich habe ich wirklich nicht gemütet dieses mal nicht nein ja also bei mir bist du noch 16 sekunden lang dran also es wird kurze lecken ist jetzt ein mit schreckt haben wir jetzt ja mein gott ja das hat auch nicht was rausgerissen mein hunderter wurm steht da unten und wir müssen auf jesse gehen der wurm stirbt eh müssen auf jesse gehen nichts zu machen das ist doch schon ganz frustrierend das ist so nebensüge ACHTCHON! oh mein gott ah sie gewinnt wieder obwohl sie nichts getan hat ACHTCHON! 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 Sehr gut so ein wurm mit einem leben gegen ein wurm mit 115 leben ACHTCHON! 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 Das ist nicht anders. Keine Granaten und nächstes. So. Komm Jovi, du musst dich beeilen. Wie kommst du da raus? Gar nicht. Das ist ja das Gute. Scham, du dicker Wurm! Hehehehe. Ich hoffe, dass du dich bei Design-Skill-Zaps umbringst. Du fällst ins Wasser. Wasser, aber schweige ab. Ach so, sind nicht nur Jet-Packs? Jetzt kannst du dir dick nehmen. Nein! Ja. So, jetzt komm. Mom! Zieh das durch, Digger! Hehehehe. Ja, Mist. Jetzt spring noch ein Stück! Ja! Ey, jetzt kriegst du mich besser. Ich weiß nicht, was ich mit dir mache. Aber mit dem anderen hättest du mich mit der Wasserbombe leichter treffen können. Kann ich da immer noch. Also, wenn du jetzt in Jovi nicht killst, das wäre... Ziemlich traurig, ja. Und erwerblich. Ich lach mich aus. Erst recht, weil sie überhaupt nicht bis dahinten hinkommt. Nein, gar nicht. Sie kann nicht nur direkt rüber gehen, also... Ich würd's ja mit dem Ninja-Seil versuchen, da nochmal rüber zu gehen, um ihn direkt in die Fresse zu drücken. Nein! Ganz so dreist bin ich nicht. Tschüss! Nicht mehr, als du noch rumgekommen bist. Ja, auf jeden Fall. Tja. Ja. Die ist sie mal wieder gewonnen. Oh Mann. Okay, viel Erfolg dabei. Ich hör den Jovi mal wieder nicht. Warum hörst du ihn denn? Weiß ich nicht. Was ist da denn los? Kleine Ahnung. Also, er ist auf jeden Fall nicht mehr in der Aufnahme. Aber egal. Das macht noch nichts. Dann kann ich mal quatschen, ohne dass er da was dagegen sagen kann. Haha, Jovi. Haha. Nein. Ja, war eine klasse Runde. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehr interessanter Modus. Elementar. Auf jeden Fall. Nur mit einer anderen Map vielleicht nochmal. Ja, genau. Und dann sag ich mal im Namen von Jovi auch mit Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschaui. Tschüss. Tschaui. Tschüss.